elf jahre der rechner schon das dürfte jetzt auch so dürfte doch ein älterer sockel sein als meiner und ich habe schon alten 775 habe ich oder so wahrscheinlich noch nur 32 bit prozess auf jeden fall und vielleicht den single chor maximal ein co du wahrscheinlich mehr auf keinen fall aber außer tetris und solide erleuchten aber auch nicht mehr viel so drauf schädlich nicht aber hat sagt etwas hast du nicht geschrieben dass du noch andere spiele spielst wenn du hast zockt oder so schreibt würde hinhauen mit tetris wahrscheinlich ich habe mal geguckt also meinen sechs jahre alten prozessor den kann man jetzt neu kaufen für 20 euro oder sowas höchstens nach meiner 7 den ich habe der kostbar eb auch so 20 euro noch und den so man den serverprozessor den den serverprozessor den ich mir geholt habe der xeon der ist ja auch schon sechs jahre alt und hat jetzt noch 100 gekostet cs groß spielte auf sehr low und 800 mal 600 grafikkarte ist nvidia g force 130 mit der bezeichnung kann ich schon gar nichts mehr anfangen ich hatte 260 in die nächste glaube ich wie ich jetzt zum schluss also am anfang hatte so wo ich dann angefangen habe aufzurüsten habe ich noch an meine gute alte 5600 geht weil das ding auf jeden fall ich weiß noch das erste mal ich meine grafikkarte gab gradet wo ich bei call of duty und zwar beim ersten wo man am strand gelandet ist war das glaube ich bei omar beach da hatte ich dann so den kasten aufbau von der map sowie das level aufgebaut war da hatte ich mir dann mal eine neue gekauft so jetzt schmeiße ich aber auch mal die bären hier raus sie braucht ja kein schwein so viel kann man gar nicht mal füttern die sache ist auch in dem normalen verfalltempo das ist ja nicht langsamer als in den dinos und dadurch halten die bären halt auch nur ein bis zwei tage oder sowas da drin ist kein problem weil die die essen so wenig dass die dann problemlos tatsächlich noch die woche was da gesagt wurde durchhalten also glaube ich durchaus wir brauchen einfach fast nichts wenn die stehen und sich nicht bewegen dann ist gut Gott, ich habe den halben Wald hier gerodet. also eigentlich den ganzen. 600 Steine. Freizeitjob, einen PC zu kaufen, ist schon mal ein Ansatz. Geht langsam voran. Ja, kommt immer darauf an, was man für einen Job hat. Also bei mir hat die Grafikkarte, also als ich damals meinen Rechner neu gekauft habe, das waren 1300 Euro ohne Grafikkarte. Sehr geil. Ich habe Nerdy, Primitive Nerdy Glasses gefunden. Das ist eine Hipsterbrille. Das ist ja geil. Du verarscht mich, oder? Kann man es jetzt schön der Brille beim Spiel verpassen, ja? Ja, es gibt auch Brillen für Dinos. Oh Mann, nicht dein Ernst. Doch, doch. So, ich habe jetzt noch mal 600 Sets knapp gesammelt. Ich habe noch mal gleich den Ofen anschmeißen. Da drei, vier Holzbrutzeln. Äh, eins. Holzbrutzeln. So, genug Sets gesammelt. Ich crafte danach zwei große Topplots, oder wie sieht es aus? Du kannst von mir aus die ganze Fläche voll craften. Okay. Weil wir haben so viel Seeds, so viel Samen zum Sehen, das ist unnormal. Gut, dann crafte ich ein paar mehr. Tipps der Saurier. Achso, ich bräuchte ja auch noch welche dann für die Verbindungen. Ein paar Steine, so. Ja, ein bisschen was, ein bisschen was. Ich crafte mal vier Stück und dann hast du noch 180 übrig. Ja, so viel brauche ich gar nicht. Ey, hier ist genau von der Base unser ein Dodo. Genau vor der Haustür. Aber ist der 84er, aber... Äh, weniger perfekt. Ah, jetzt habe ich das Fiber vergessen. Hipster-Saurier. Das passt genau in die Zeit heutzutage. Ja, Swaggy-Shirt, Kette um. Zack, Live-Dino habe ich dann wahrscheinlich. Gut. Oh, und viel mehr Beleuchtung hier. Sieht der kaum was. So. Also, ich habe jetzt noch vier Prop-Platz gebaut. Okay. Und ich habe keine XP dafür gekriegt. Ein Traum. Jetzt ist hier auch noch eine zweite Pflanze gewachsen. Warum sät ihr die denn nicht? Äh... Erstmal meine Fackel reparieren. Die Fackeln machen aber echt wenig Licht. Hier ist auch schon was gewachsen. Später gibt es elektrisches Licht. Können wir das Flutlicht bauen. Ach, besser. Ah, jetzt sehe ich hier was. Ja, da sehe ich auch was. Ah, jetzt auf einmal, ja. Die waren vorhin aber schon da. Naja, aber das ist bei mir eine mega matschige Textur. Na dann ist kein Wunder, dass du nur schießt. Ja. Oh, hier sehe ich auch was. Sagt aber immer noch, dass es Seeding ist. Ich würde ja sagen, wir sind schon über den Seeding-Status hinaus. Aber egal. Wir werden... Wir wollen ja nicht kleinlich sein. Ja. Kannst du hier mal einen Intersection rein und dann vier von diesen Klöppeln da ran? Da wo du jetzt stehst da hin oder was? Ne, ne, hier. Also hier noch zwei Klöppel ran und dann noch einen Intersection. Ich setze die Dinger erst runter, wenn du da jetzt drauf gebaut hast. Ich habe irgendwie Angst, dass das jetzt gut funktioniert. Ja. Bevor ich dann den Crop-Clot abreißen muss und da 50 Steine verballert. Aber wo Steine? Da muss ich mir erstmal welche holen. Was soll noch welche da? Die 79 sollten reichen. Jetzt konnte ich meine Dinger hier dran auffüllen. Hä? Ich kann die auch dran auffüllen. Das Ding ist, er trinkt auch automatisch dann gleich, ne? Ja, ja. Aber vorhin ging das nicht. Verstehe ich nicht. Ach, kein Wood mitgenommen, ich Idiot. Hier ist noch Wood, ne? Hast du deine Dinger schon da geräumt oder soll ich da mal? Ach, warte. Okay. Werden wir angegriffen? Werden wir angegriffen? Lutsch mal über unsere Power. Der Dodo greift an! Der Dodo greift an! Der Dodo greift an. Der Dodo greift an! kette und macht hier eben auf dicke hose aber wirklich ja wenn der basis praten kann ich bin das gar nicht so fertig ich hätte ich doch immer auf einer fackel hingesetzt oder nicht ein bisschen dicht wir hier gut beim platzieren hatte ich leuchte die heim naja jetzt sagt die richtung geht es dann glaube ich gar nicht mehr weiter dann jetzt sagt er muss auch dass seine pflanze sieht ja 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 ist klar nein du hast die brille auf ach du scheiße moment ich muss noch dünger holen hier immer das licht ausmacht ich glaube du stehst im weg zündet ich an ich habe schon wieder auf die rampe gucken liegen doch schon wieder vier eier und drei scheiß auf was wollen wir da jetzt überhaupt anbauen macht das mal ich sagen wir mal den code 1 und die eier also wenn ich mich richtig erinnert habe ich habe auch so eine liste geguckt was man alles für diese gebraucht und da war glaube ich immer rocker rot mit dabei also ich würde noch mehr rocker rot pflanzen macht das ja ja mach du darfst auch mal hier haben wir noch mal dünger und noch irgendwo dünger das ding aufmachen muss ja einmal dünger fehlt könnte jetzt komplett bestücken hier ooo 1 born 1 born naja hier so ein grünes ding den anderen müssen jetzt einfach nur mal so kacke reinwerfen 1 2 3 4 pack das holz und die steine mal in unser haus dafür sind die container ja da ich habe leck 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 stehst du auf der rampe und hast du schon wieder ich brauche jetzt auch gerade mal wieder zwei stückchen naja ja ich habe gerade gerade aufgesammelt vielleicht haben die dinosaurier gekackt ja ich habe gerade aufgesammelt bei gibt 1 naja die werden schon gleich wieder sich erleichtern da los kackt kackt das hier noch satch nachgelegt und muss ich glaube ich leck hier noch mal satch nach einmal zweimal brauchen wir hier ist genug super kannst du nur mit irgendwas nur anbauen und alleine damit reicht schon zeit zu vertreiben so du musst jetzt gleich mal das ding aufmachen weil ich bin zu low level kann ich mittlerweile schon öffnen ach genau auf unserer wasserleitung gelandet du müsstest mit 25 aber das ist ein grünes oh ich kann ich kann cooking pot large storage pot und mortar und pestle ja alles und haben wir sogar schon mit einer nerdy brille das vergrößert vor allem deine augen also von der seite guckt muss ich mir unbedingt auch noch mal angucken auf youtube können also sogar ein pestle für farben einfach machen kann ich einfach daneben stellen wer hat er kann so der blueprint cooking pot ich möchte sagen habe ich auch schon mal irgendwo gesehen bei dir medium crop plot ich sehe jetzt nicht ich habe es auf jeden fall geskillt also es ist jetzt nicht so dass wir darauf angewiesen sind